Du hast ja dann auch angefangen das ganze so vegan zu machen. Das war ja noch hier die Kirsche auf der Sahnetorte. Ja. Zuerst würde ich sagen... Seit wann? Seit ein bisschen mehr als zwei Jahren. Also seit eigentlich 2021, 2022 und 2023 ist das dritte Jahr vegan sozusagen. Ich habe es fast nur zwei Jahre rausgehalten. Ja. Es gibt tatsächlich viele, die dann vom veganen wieder weggehen. Ich würde dann eh gar nicht den Grund wissen von dir, weil ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es einfach extrem easy ist. Das einzige, was ich jetzt gerade merke, dass es ein bisschen langweilig wird. Also ich habe nicht mehr so eine Mahlzeitenvielfalt. Ich gebe mir zu Hause einfach nicht mehr so viel Mühe, irgendwie Essen zuzubereiten oder irgendwie große Rezepte zu suchen. Ich habe meine vier, fünf fixen Mahlzeiten, die ich so immer wieder abwechsel. Aber großartige Unterschiede sind da jetzt nicht dabei. Vor allem, wenn du jetzt darauf achten möchtest, 200 Gramm Eiweiß oder ein bisschen mehr zu essen, hast du halt nun mal nur eine bestimmte Auswahl, die du essen kannst. Egal ob es Tofu ist oder irgendein Fleischersatzprodukt, du musst immer irgendwas davon essen, um dein Eiweiß zu decken. Aber man kann es auch nicht mehr sehen. Ja. Also du musst halt entweder anders würzen oder mittlerweile gibt es halt eh schon wirklich krasser Produkt. Dann hast du ein veganes Chicken, ein veganes Rindfleisch. Das ist echt krass. Also diese Fleischersatzprodukte sind teilweise echt krass. Also in Amerika nochmal komplett anderes Level. Da hast du veganen Turkey mit 15, 20 Gramm. Aber wie gesund ist sowas? Da würde ich mal gerne mal mit reden. Aber da sind Inhalstoffe halt nochmal, muss man drauf schauen. Da ist ja wirklich, also wie versalzen die teilweise sind und was da alles an Konservierungsstoffen und so drin ist. Und Geschmacksverstärker wahrscheinlich auch. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Also das ist halt auch immer so die eine Sache, ne? Das ist ja auch teilweise echt hart verarbeitete Lebensmittel. Aber ich rede das jetzt hier auch nur so halbwissend, weil ich habe mich jetzt nie wirklich damit intensiv beschäftigt. Ja. Es gibt schon ein paar Marken, wo wirklich die darauf achten, dass weniger Inhalstoffe drin sind. Zum Beispiel gibt es eine spanische Marke aus Barcelona, die heißt Heura. Da ist auch B12 noch beigefügt, also Vitamin zum Beispiel. Und die haben, glaube ich, keine Geschmacksverstärker und andere Zusatzstoffe. Ich glaube, die bestehen nur aus vier oder fünf Zutaten. Ja. Und die haben auch so 18, 20 Gramm Eiweiß, haben Burger-Patties, veganes Chicken und so weiter. Schmeckt auch echt gut. Und der Switch bei mir kam eigentlich nach meiner ersten Wettkampf-Diät. Also 19 hatte ich die letzten vier Wochen Old-School-Diät. Das heißt nur Hähnchen, Reis, Brokkoli. Das ist andrext. Ja. Nur 2000 Kalorien oder so. Also da bin ich auf jeden Fall halb gestorben. Da habe ich mit meinem Reis in der Früh im Kindergarten immer so eine Art Milchreis gemacht. Habe dann Vortag vollgekocht, dann nochmal Wasser drüber, damit es mehr Volumen ist, damit du größere Menge hast. Und dann gesüßt mit Süßstoff, mit Smectastic, so mit Zimtgeschmack. Und dann hast du so richtig geilen Milchreis. Einfach nur, der krass süß schmeckt. Und ja, da habe ich dann einfach nach einem Wettkampf mir gesagt, okay, ich habe jetzt in den letzten Wochen jeden Tag sechs bis auch 800 Gramm Fleisch gegessen. Ja, ja, same. Und musst jetzt nicht unbedingt nochmal krass Fleisch reinhauen, hatte ich das für lange danach. Du merkst doch, dass dir das nicht gut tut, Alter. Ja. Also man merkt es irgendwie. Bei mir war es genauso. Die sechs bis 800 Gramm Chicken am Tag über so ein paar Jahre. Irgendwann du merkst, also so in deinem Kopf ist so, ich brauche das für meinen Körper, aber irgendwie merkst du auch, das tut dir nicht gut. Ich muss sagen, vom Geschmack her war das auch gar kein Problem für mich. Chicken schmeckt doch nicht krass. Mir schmeckt Fleisch. Ja? Achso, so. Ich konnte es easy essen, ja. Ich fand es auch nicht schwer, darauf zu verzichten, ehrlich gesagt. Ja. Also mal so einen Lungenbraten oder so ein gutes Steak. Ja. Oder vor allem bei mir Lachs war das Ding. Ja, Lachs. Lachs habe ich zum Beispiel noch gegessen. Ich habe mir halt eben gesagt, okay, wenn du Bock auf Fleisch hast, isst du Fleisch. Wenn nicht, lass es weg. Und dann habe ich eigentlich, ich glaube, im Februar habe ich noch mal eine Burger Challenge gehabt, wo ich so einen XXL Burger gegessen habe mit einem Freund von mir. Aber sonst danach habe ich eigentlich Fleisch circa komplett weggelassen. Nur noch ein paar Mal Sushi gegessen und halt Milchprodukte. Und dann hat Rocker, mein Sponsor, eben auch announced, dass die komplett vegan werden. Ich glaube, Ende 2021. Also das ist sozusagen 2020, Ende 2020 damit starten, komplette vegane Prüfpalette bis 2021 zu machen. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich bin vegetarisch, wieso lasse ich nicht einfach jetzt den Quark und das Whey-Protein auch noch weg. Und war dann eigentlich seitdem komplett vegan, hat dann noch Vegansprotein benutzt. Und habe halt schon während dem Jahr so versucht, ein paar Rezepte ausprobieren, mal Tofu zu essen, mal Ersatzprodukte einzubauen. Und habe dann eigentlich einen ziemlich starken Switch gehabt. Ab Ende 2020, Anfang 2021 war ich dann komplett vegan. Und 2021 dann sogar schon die Wettkampf-Date auch vegan gemacht. Das ist ja auch erstaunlich. Und da fragen dann alle so, oh mein Gott, du kannst Muskeln aufbauen, vegan. Und dann denkst du so, ja, warum nicht? Ja. Also Aminosäure ist Aminosäure. Ja, genau. Ich habe es ja auch, also ich war glaube ich, ich müsste jetzt lügen, ich glaube so fast zwei Jahre vegan oder so. In welchem Jahr war das? Boah, wann war das? Ehrlich, kein Plan. 2014? Also warst du sogar vor Misha? Nach meiner Weisheitszahn-OP bin ich vegan geworden. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich war jetzt auch, es war dann so eine Phase mit vegan und so. Aber eigentlich war das geil, weil da war du vegan, Inscope, Misha, Patrick, Karl. Karl war eh gar nicht. Eigentlich haben wir, würde ich sagen, nicht so viel darüber gespottet, oder? Das ist so, ah, die Veganer oder so. Doch, 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 Digga, das war, also. Ja, guck mal, ich glaube, das Problem an Veganismus ist, also auf der einen Seite überzeugen, also auf der einen Seite prallen so krasse moralische Überzeugungen auf, ich glaube, mit denen jeder Mensch irgendwie jeder Mensch irgendwie versteht, weil am Ende des Tages, du tötest Tiere. So. Und wenn man da jetzt reinguckt, Tiere, also allein die Beschaffenheit des Nervensystems und Co., wir tun so, also wir Menschen, damit wir uns, die Ausrede, die wir Menschen uns immer gerne erzählen, ist, ja, Tiere, wir vermenschlichen Tiere nicht, Tiere sind keine Menschen, Tiere haben keine Emotionen, ist alles scheißegal. Tiere haben Emotionen und hab's oben sogar, das Buch ist übel interessant, also geht so um wirklich, also um sozusagen halt Tieremotionen und Co. Das ist verrückt. Mäuse können lachen, die lachen in, das finde ich so eine richtig gute Metapher dafür. Mäuse und Ratten lachen in einer Frequenz, die wir Menschen nicht hören können. Krass. So. Und verstehst du, also, was damit sagen wir ist, allein, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen mit denen, haben wir nicht die, also kriegen wir es nicht hin, ist so unsichtbar für uns, dass Tiere Emotionen haben. Aber guck dir mal jetzt deinen Hund oder deine Katze an. So, du gehst runter und du hast das Spielverhalten. Reagierst du, ja. Genau, also du sprichst ja halt nonverbal mit dem Tier. Und wir hatten es ja vorhin auch mit dem Spielen zum Beispiel. Und wenn du nicht jetzt Ball spielen, das ist auch eine Art von Kommunikation, die uns krass irgendwie verbindet. Kannst du sogar mit Tier machen. Genau. So, und ich liebe Tiere so, also immer, wenn du jetzt, ich bin da krank, wenn ich jetzt eine Katze sehe oder so, Digga, ich bleib stehen, ist egal, was ich mach. So, für mich ist... Ich bin da leergestellt, deswegen leider nicht, aber bei Hunden zumindest. Ja, also so, ich liebe Tiere. Und dann ist es halt für mich, verstehst du. Und dann ist, glaube ich, etwas, was viele Menschen machen, ist, ich liebe Tiere, aber ich esse auch Fleisch. Ja. Und dann habe ich ein moralisches Dilemma, weil ich bin, ich habe keine Integrität, was das Thema angeht. Also das bedeutet, meine moralischen Überzeugungen und wie ich mich verhalte, sind anders. Die geraten in Konflikt miteinander. Und ich habe keinen perfekten Weg für mich gefunden, diesen Konflikt aufzulösen. Jetzt könnte man easy sagen, okay, dann isst halt kein Fleisch mehr. Ich esse deutlich weniger Fleisch. Aber trotzdem ist es etwas so, was mir irgendwo, was mich irgendwo im Magen trifft. Weil wenn ich mir jetzt eine Welt aussuchen könnte, dann würde ich gerne laborgezüchtetes Fleisch essen, wo kein Tier leiden muss auf der Welt. Auf der anderen Seite habe ich jetzt auch keinen Gesellschaftsentwurf, wie man die Weltbevölkerung ernährt bekommt und alles funktioniert und man das irgendwie von so umstellen kann. Den habe ich nicht parat. Ich kenne die Lösung nicht. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die diesen Konflikt halt auflösen, indem sie halt sagen, yo, ich sehe das Huhn nicht. Ich sehe das Rind nicht. Ich stelle mir das gar nicht vor. Ich will das alles gar nicht sehen. Ignorieren einfach. Ich will einfach mein Fleisch. Und alles andere wird so unsichtbar gemacht. Und dann wenn wir zum Beispiel nur Veganismus... Und dann ist es so, glaube ich, dass genau dieses Problem ist, dass du sozusagen diese aufeinanderprallenden moralischen Überzeugungen hast, die, glaube ich, auf der veganen Seite und auf der nicht-veganen Seite eigentlich dieselben sind. Ich glaube, jeder würde gerne sich eine Welt wünschen, in der Menschen und Tiere nicht leiden oder weniger leiden. Das ist ja eine Art Utopie. Und ich glaube, jeder von uns versucht irgendwie was zu tun in die Richtung, damit die Welt kleine Schritte in diese Richtung macht. Das ist meine Überzeugung, glaube ich, dass jeder Mensch das irgendwie in sich drin hat. Also ich glaube, jeder auf jeden Fall nicht. Aber ich finde, es ist ähnlich vergleichbar mit Krieg. Also irgendwo auf der Welt ist immer Krieg und man wird es nicht wahrscheinlich verhindern können. Und Tierversklavung wird auch überall irgendwann stattfinden. Und das mit dem Laborfleisch, das finde ich auch eine gute Sache. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in Wien gibt es sogar in einem Supermarkt bereits ein Laborfleisch, was ganz okay geschmeckt hat, weil es nicht krass gut, aber wird sicher im nächsten Jahr noch kommen. Und ich glaube, bei den meisten, dass halt vegan viel auch mit Disziplin zu tun. Also du musst wirklich, wenn du jetzt nicht schon ein paar Filme gesehen hast und dann trotzdem noch sagst, okay, ja, das war jetzt zwar krass, aber es schmeckt trotzdem gut und ich wüsste überhaupt nicht, was ich jetzt so essen soll. Deshalb egal, ich esse jetzt einfach trotzdem Fleisch weiter. Ich glaube, dass sich die Menschen dann im Endeffekt zu wenig durchdringen, jetzt dann damit aufzuhören, Fleisch zu essen. Ich würde nicht sagen, dass es so ist wie bei Nikotin, dass du eine Sucht hast. Aber es ist halt irgendwie angenehm, einfach mal zwischendurch eine zu rauchen. Es ist einfach. Fleisch zu essen ist einfach. Also ich glaube, dass das, also guck mal, wie Menschen sich verhalten, ist ja im Endeffekt das, was am einfachsten ist. Hast du zum Beispiel, gibt es so ein lustiges, glaube ich, Experiment haben, die diese Organspende ausweisen. Ich glaube, der Default in Deutschland ist ja, dass du nicht spendest. Und in Frankreich ist es, dass du spendest. So, die meisten Leute in Frankreich, die spenden ihre Organe, weil die einfach zu faul sind, das Kreuzchen woanders zu machen und einzuschicken. Ja. So, in Deutschland spenden die meist nicht, weil die zu faul sind, das Kreuzchen dort zu machen. Ja. Und halt diesen Gedanken, also noch diesen Gedanken zu denken, oh, was passiert da jetzt und so. Und ich glaube, dass diese Einfachheit so ein Problem ist. Das hat mich auch am Veganismus damals, jetzt musst du dir überlegen, also ich zum Beispiel das einzige Veganer, was zu essen konnte in den Restaurants, war gefühlt irgendwie vegan, also Falafel beim Döner. Ja. Oder eine Pizza ohne Käse kann man auch eigentlich immer essen. Ja, genau. Das zum Beispiel auch. Ja. Und ich muss sagen, für mich, also ich fand diese vegane Erfahrung interessant. Ich muss aber sagen, auch dort ist wieder diese Einfachheit mir zum Opfer gefallen, weil für mich echt, sage ich auch, es war teilweise wirklich super nervig und anstrengend, also immer dasselbe zu essen, weil ich hasse Kochen, so wirklich ich hasse Kochen. Und dann war ich auch einfach faul. Ich habe keinen Bock, mir jetzt irgendwie da groß Gedanken zu machen, was kann ich jetzt wie kochen und wie viel lieber. Ich bin so ein Typ, ey, lieber kümmern uns jemand anderes ums Kochen und ich, keine Ahnung, ich lese jetzt was oder ich mache irgendwas anderes. So. Vielleicht so ein Luxusding oder so, aber ich hasse Kochen, wirklich hasse Kochen. Und ich finde es anstrengend. Also ich finde es dann anstrengend, mir so einfach diese Gedanken zu machen und habe dann halt einseitig immer dasselbe gegessen, so gefühlt, so einfach Hauptsache es funktioniert und Hauptsache ich habe A, keinen Hunger und B, ich habe so ungefähr die Nährstoffe, die ich brauche. Aber du verlierst halt dadurch, dass du eine geringere Varianz an Lebensmitteln hast, die du essen kannst und du noch nicht dieses Sortiment hast, das an veganen Geschichten, die du heute hast, war das halt damals echt anstrengend, weil du so einfach nicht so viele unterschiedliche Sachen gegessen hast und dann automatisch, sage ich mal, gewisse Mangel entstanden sind. Klar wusste ich es besser, was ich da essen muss, aber so im Alltagsstress ist halt Wissen und Verhalten immer so zwei Paar Schuhe. Und dann war das bei mir halt so, dass ich halt wirklich gemerkt habe, boah, ich fühle mich nicht so gut und das ist dann halt dann leichter geworden dadurch. Aber ich habe viel weniger, also ich esse sehr viel weniger Fleisch seitdem. Also es hat schon einen Unterschied gemacht. Für dich ist es wahrscheinlich leichter, wenn auch deine Freundin ist vegan, die kocht für dich, dann musst du zumindest nicht kochen und hast dann trotzdem meistens eine gute Mahlzeit, würde ich sagen. Ja. Das ist halt bei vielen, ich würde sagen, wenn man jetzt nicht gerne kocht oder sagt, okay, ich will einfach nur schnell ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Reis, ein bisschen was auch immer. Gibt es heutzutage, 2015 war es natürlich noch mal was anderes. Zumindest schon eins zu eins ein Bruch, was eigentlich genau wie Hühnchen schmeckt, nur halt vegan ist, nur leider noch ein bisschen teurer ist. Vielleicht ähnlich wie Bio-Hühnchen, aber preislich sind wir da glaube ich immer noch bei vielen Bruchten leider über den Fleischbruchten. Ich hoffe, es ändert sich auch irgendwann. Ich weiß noch nicht, was den Preis da nach wie vor bestimmt, ob es wirklich die geringere Nachfrage ist oder ob da einfach manche Inhaltsstoffe noch teurer sind. Ja, das muss halt skalieren. Also wenn du, ich meine sowas wie Edeka oder so, die haben ja Margen im Tausendstelbereich teilweise. Also diese Supermärkte und du hast dann ganz andere Masse. Also wenn du, also du verkaufst halt viel mehr Fleisch, als du vegane Produkte verkaufst. Und das ist halt, also es ist, sage ich mal, schon ein Nachfrage-Ding, weil wenn du eben mehr von den Sachen, so ein bisschen ein Henne-und-Ei-Problem. Du brauchst halt mehr Leute, die es wollen, damit sozusagen halt du noch mehr Produktionskapazitäten hast und du noch mehr von den Sachen produzieren kannst für weniger Geld. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.